herzlich willkommen zurück freunde zur spark challenge und ihr werdet es nicht glauben ich habe hier gerade einen enderman gehört habe ihn gehört eindeutig habe ihn gehört gucken wir mal ich habe ihn gehört wo sind die alle hin hallo was passiert ich habe doch gerade einen enderman gehört es ist ja nicht mal ein blöder zombie oder so was was soll denn jetzt oder habe ich ja noch das wichtig zeigt bei habe ich jetzt hier irgendwas zum ich habe doch gerade einen enderman gehört verdammte scheiße jetzt ist da gar nichts jetzt an oder aus die ist jetzt an das wasser steht jetzt jetzt immer in der verstehen hier ist gar nichts warum denn das das ist ja blöd als schwöre da war einer ich habe ihn gehört das ist ja nicht mal eine spinne kein zombie kein skelett kein gar nichts was soll der misst jetzt habe ich hier auf hart umgestellt und nischt ist wie blöd ist das denn runter von meinem grundstück das ist ja jetzt ein bisschen deprimierend jetzt das ist übrigens nicht so günstig äußerst ungünstig das ist ja assi ein bisschen hier ein bisschen inventar auslegen hier jetzt bin ich gerade ein bisschen irritiert weil ich habe eigentlich mann voll blöd da kommt schon einmal noch wieso ist denn das ich habe da extra ich habe nichts umgestellt derweil da kommt vielleicht zwei baby zombies hier je wie gut level hier kommt ich habe mich gerade so ein bisschen traurig hier eine spinne höre ich schon wieder oh mann du verstopfen die spinnen hier irgendwas ist doch scheiße sollte ich vielleicht einmal noch mal umschalten normal vielleicht damit zusammen vorstellen jetzt haben wir nach verstehen jetzt auch schwer und einzig was passiert ist dass hier mehr die fischer hier auf dem grundstück sporen aber in der mob pfeile selber nicht oder verschwinden besser gesagt einfach wieder hallo totenstille hier ich sollte vielleicht mal kurz mal so ändern ne nicht so ändern so ändern und mein judo schwert mal für die wichtigen gegner aufheben ist doch nicht zu fassen oder weil jetzt nacht geworden ist jetzt ist die mobpfanne vielleicht nur tagsüber interessant ich kann mich ja über zombies nicht beklagen aber ich hätte mich gerne über innen dann kann mich ja über zombies nicht beklagen aber ich hätte mich gerne über innen dann wenn er gefreut hier damit der axt alter was hier los ein massenauflauf hier naja komm schon stirb stirb wie ein anständiger zombie bis da ist und tot oder sind nicht zombies und tote also lebende gestorben irgendwie so weit kann man das so erklären fahrer mal jetzt was macht ihr hier eigentlich hier ihr klaut hier alles ich glaube ich habe gleich ein problem hier Nein, 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 nein. Okay. Nee, Schweinehaft. Denkst du. Okay. Wenn mir jetzt noch einer erklärt, warum ich jetzt da draußen, warum ich jetzt da jetzt spawnt bin. Fast 30 Level weg Geh weg hier, lass mich in Ruhe Ich hab doch keine Chance jetzt hier auf die Art Wo bin ich denn eigentlich gerade gestorben? Hier nicht? Was ist der da? Hm nochmal Gestorben Geh weg hier, weg hier, weg hinten weg , weg hinten weg, weg hinten weg, 2020 weg Geh weg hier weg, weg hinten weg verschwindet doch einfach hier Ihr könnt mich doch hier Ja, ist doch gut man naja vielleicht haben wir ja glück und die frauen jetzt hinten ab hoch eine hexe schnell weg da ja 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 ist doch gut mal auch im skeletten aber warum auch nicht verbrennt man einfach hier lasst mich mal kurz in ruhe ich muss mal kurz meinen zeugs wiederholen unglaublich hier ich kann da nicht weinen ich krieg mein schwert nicht gegriffen hier dann eben noch mal ich will mein zeugs wieder haben verdammte axt fast 30 level man so jetzt aber hier komm ja ja komm mach platt hier zack weg stirb stirb ja komm du stirb auch hier weg weg nochmal ich schaffe es noch ich schaffe es noch ich schaffe es noch ich habe es noch also fakt ist ich bin denn doch der typ der lieber auf einfach spielt oder auf friedlich bringt mir überhaupt nichts hier ja da ist noch so ein viel kommt ja vom skelett erschlagen warum denn mit weg da wie viel zeit hat man da bist du alles immer die spawnen fünf minuten oder so weit das spiel kann man auch ernst weiter so machen unter der voraussetzung dass ich jedes mal mein zeugs wieder aufsammeln kann na komm her so jetzt stellen wir hier anziehen 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 mein helm fehlt ok aber das schwert hier haben wir die fackeln haben wir schon wieder mehr als wir eigentlich brauchten hier ist der bogen der hat schon mächtig gelitten eine kartoffel haben wir gekriegt ok naja guten helm können wir eine neue machen haben wir mal richtig verloren nö bloß die level naja ja gut die level hol ich mir eben dann gleich wieder warte mal das hat irgendwas nisch gebracht hier nicht auf friedlich gehen wir auf einfach zurück weil dann ist mir nix weil ja es bringt mir leider nichts so eine verdammte scheiße aber völlig für ein arsch was macht ihr da hinten ach kommt voll ärgerlich soweit voll ärgerlich so weit sagen dann eigentlich hier die hühner hier machen wir nächste folge neuer bogen wahrscheinlich auch nicht so verkehrt gut denn machen wir das eben so machen wir das so und dann machen wir das so schauen wir mal ein bisschen mob drop mob drop haben wir hier mit rein haben wir hier mit rein haben wir hier mit rein haben wir noch mal ein warum eigentlich weiß keiner grün zeig nochmal hier ja ordnung muss sein ordnung muss sein ich habe hier mit rein ich habe übrigens noch ein bogen drin ach ne war der machen wir hier noch können wir das so und so machen haltbarkeit 3 und schutz 3 okay das wäre dumm dazu verschwenden dann machen wir lieber so und so oder haben wir mehr gewonnen dafür braucht auf alle fälle wieder level um die schuhe wieder aufzubessern naja gut dann werden wir auf alle fälle probieren uns jetzt hier ein paar level zu holen ich bleib hier wieder einen augenblick stehen warte bis die hühner groß geworden sind und dann war eben eine neue fehl folge warum auch nicht sind wir ja mittlerweile schon gewöhnt nicht ja werde mich mal schlau machen wie man am besten so ein so ein so ein so ein so ein so ein brand der schwäche oder irgendwas macht oder irgendwas damit man die hühner da unten leichter klatschen kann mit eben schlag gibt es vielleicht ja xps dann muss auch mal gucken würde ich jedenfalls sagen bedanke mich für zuschauen sehen wir uns morgen garantiert wieder bis dahin freunde und tschüss was versichert bis bis bis